willkommen zurück zu worms 3d zu von schweine sonny erickson die gute alte zeit so wir rennen gleich ins minenfeld letzter part haben wir es leider nicht gepackt aber warte wirklich wenn du sonny guck mal ob er die sieht die minen ach nee die sieht ja nicht dann in den anderen was kann ich mit dem machen ja da hoch die kiste holen und dann okay er dreht nicht ok besser als nichts darf nicht unsere erwartung sein können doch gar nichts für man da können wir aber der kann rein was hat er verwarten doch okay naja ist ja die frage ob er schafft ja das ist das ding ok schnell sein schnell sein durch 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 passt glaubt da drin stehen gut dann machst du es für diese runde wir sehen uns bei der nächsten wenn es euch gefallen hat gern daumen nach oben man hat auch nichts dagegen machen die waren dann gleich dran ist das neiner ganz dicker das geht voll schlankt du schießt glaube ich gegen die wand oder er kommt langsam immer näher richtung mine das ist gut wir mussten halt den abstand waren zwischen beiden und der mörsert uns jetzt weg das war krass wenn er jetzt trifft ja macht er es ist doch unmöglich und der stirbt jetzt neben dem der sanitäter halt jetzt den anderen sanitäter und dann sanität haben wir weiter genau und der andere der hatte auch 75 oder so nach siehst du das 60 51 wird jetzt die hände gerieben und dann hast du meine hände gespuckt und dann ging das ab klasse stimmt das war die der eine ist beim ausgang und der andere rechts habe ich auch nicht drauf geachtet wir wir gehen nach glück gehabt dass er gewartet die werden wir hingerollt zu dem vielleicht gleich 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 endlich war normaler schuss wie ein menschen machen würde oh ja ich glaube du musst da reingasen ich glaube steht so nicht weil du kannst rechts hochlaufen weil die brücke na ja mal zeit aber dann nehmen wir vielleicht die waffe aus der hand hier macht wohl glaube ich keinen unterschied oder was darunter wie hast du die weg genommen krass war auch ein versuch ich wusste auch nicht ich glaube diesmal nicht drauf stehen bleiben okay ist das gut ja und dennoch das wäre lustig und selbst jetzt wir hätten noch einmal wenigstens glück haben können ja ich meine das sind getroffen ja wir hätten aber beide treffen können best case man ja genau deswegen meine ich ja aber ist das so schlimm ja das heißt wir sind ja nicht mehr hochgekommen ach deswegen ja stimmt okay soweit habe ich nicht mal gedacht wir haben auch keinen scharf wird sind dabei ne glaubt ihr werden pro karte ausgewählt weil hier ein scharfschütze unfair wäre vielleicht wäre es auch random perfekt dachte er wie weit wirft ja geil nein der lebt nur aber mit 29 hat aber keine geilen waffen mörser ist alle anscheinend sonst hätte er definitiv nochmal gemörsert jetzt habe ich die mission ist gut ist gut ist gut ist davon auch gut gemacht ja aber dass der wirklich nur dynamit hat ist schon doof eigentlich ist der befeuert zum herein rennen weil du siehst ja die karte unten und der ist halt dann gestorben luftflag und dann die beiden da oben ja die 90er so hier am besten bisschen mehr zum 90er der ist wichtiger so ja ich meine der mit dem ding der stirbt ja von alleine naja gut wenn er uns nicht vorher backholt weil das problem hatten wir wirklich die runde da ist sehr schön sehr schön sehr toll ja mal da haben wir nur noch einen das stimmt der unten stehen ne ja das wäre so zack weg alle so leicht kann es gehen ich will äh uns nicht zu früh freuen hast du jetzt nur kamikaze was macht eigentlich die kamikaze attacke die bringt einen aber schon um ne ja das ist eigentlich was das aussagt wir wollen ja am leben bleiben ja ja recht bis wohin so weit ne gut na so weit dachte ich nicht oh jetzt tötet er alle aber sogar noch die animation wie er die waffe wegnimmt eine waffe wenn es sein muss oh 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 der 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 hat voll vergessen und das ist ja ja gut aber von uns leben fast noch alle ne einer ist weg keiner ist weg wenn ich einen wenn ich einen ja nimm den erstmal raus na gut wir haben noch einen wehe der hat nicht getroffen mit 120 leben was hat denn der für waffen der hat der war übelst crazy der hatte auch scharfschützen liegen ne ne der hatte diese bazooka mit äh china beladet stimmt aber er steht halt bei uns was oder hat er das eingesammelt und jetzt hat er auch noch einen mörser so ein schwein haben wir noch taschen liebstahl bei einem gut dass der unten steht der eine und nicht oben also na gut er hätte raus ne da sind ja minen war gut hat er taschen guck mal was er für waffen hat damit kann ich ihn kriegen ja stimmt laufbau ist könnte echt knapp werden weißt du was sonst mach ich einfach selbst noch mit dem ding weil er bringt uns ja sonst eh um und hoffe dass das ihn trifft ja weil sonst sammelt er das auch ein bei einer sekunde ok ja lauf lauf ok das ist richtig spannend ja ok ja 17 reicht und rückwärtsgang guck mal wenn nicht bewundet sind das rückwärtsgang schneller stimmt krass wusste nicht 119 der lebt noch der mit 6 krass krass haben jetzt alle überlebt bei uns ja so wir gucken jetzt mal wieviel tickets es gibt das war ja eine krasse ohne musst du überlegen die erste mission die wir nicht geschafft haben und in der nächsten runde mit allen überlegen ja geil hier team komplett dafür gibt es einen spezial bonus haben wir eingesammelt und mission erfolgreich weil jemand hat in die kommentare geschrieben dass auf einigen karten spezial bonus dinge herum liegen das wäre das was wir beim haus eingesammelt haben dafür bekommt man jetzt eine münze jeweils extra anscheinend haben wir jetzt drei münzen bekommen schauen wir mal nachschlake fällig durch den wolf boah reich ja würde sagen was wir upgraden seht ihr in der nächsten folge in drei tagen kommt der nächste part euch einen wunderschönen abend bis dahin ciao 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 ciao